Wie Sie wissen, breiten sich elektromagnetische Wellen überall auf der Welt aus. Unsere Erde mag auch Magnete. Heute diskutieren wir über die Vorteile von Magneten für das menschliche Leben. Wie wir mehr Nutzen aus elektromagnetischen Magnetwellen ziehen können. Es gibt zwei Arten von Magneten, eins Permanentmagnet und zwei Elektromagnet. Ebenso stellen wir hier diese beiden Arten magnetischer Wellen in einem Modul zusammen. Der Phylex-Magnetisierer verwendet den Permanentmagneten mit Gleichstrom und erzeugt geladene elektromagnetische Wellen in einer Tiefe von 1,5 Zoll. Dass elektromagnetische Wellen zwei Arten von Anwendungen haben. Eins EMV direkt auf den menschlichen Körper anwenden. Zwei magnetisierte die Medien, wie Blut, Wasser, Tee, Getränke, Gemüse, Landwirtschaft, Kraftstoff und Gas. Durch die direkte Anwendung des geladenen EMV auf den menschlichen Körper werden die Molekülbündel aus dem Blut aufgebrochen und für die nächsten 40 Stunden eine geladene Deckschicht auf jedem Molekül bereitgestellt. Die Vorteile für diesen menschlichen Körper schützen vor unzähligen Wünschen, Schmerzlinderung, aktives und frisches Gefühl. Die geladenen Moleküle geben allen Organen des menschlichen Körpers zusätzliche Energie für eine perfekte Funktion. Wenn Sie den Körper innerhalb von 24 Stunden regelmäßig aufladen, erhalten Sie unzählige Vorteile wie ein gesundes und frisches Gefühl, Schutz vor negativer Energie und gesunde Haut im Alter ohne Falten. Magnetisierte die Medien Wasser ist ein Grundbedürfnis für Mensch und Pflanze. Wenn das Wasser magnetisiert wird, werden die Molekülbündel nach der Trennung der einzelnen Moleküle aufgebrochen. Der Magnetisator bedeckt die magnetische Schicht auf den aktiven Materialien für die nächsten 40 Stunden und erhöht die Molekülgröße. Nach der Vergrößerung der Molekülgröße auf den Menschen hat die Natur ein Trennsystem im menschlichen Körper eingerichtet. Wenn große Partikel aufgenommen werden, gelangen diese auf die Stuhlseite und kleine Partikel gelangen auf die Urinseite. Nach der Magnetisierung werden die wasseraktiven Materialien in größere Moleküle umgewandelt und gelangen durch das Sensorsystem zur Stuhlseite. Wenn geladenes Wasser im menschlichen Körper zirkuliert, gibt es allen Körperorganen zusätzliche Energie. Innerhalb von 40 Stunden wird dem menschlichen Körper Wasser in Form von Ausscheidungen und Urin entzogen. Nach der Vergrößerung des Moleküleffekts für Pflanzen Die Natur hat in den Pflanzenwurzeln ein Trennsystem für größere und kleinere Moleküle eingerichtet. Wurzeln saugen nur kleine Moleküle auf, da ihre Membrangröße groß ist. Der Magnetisator wandelt die Molekülgröße des aktiven Materials für die nächsten 40 Stunden in eine größere Größe um. In diesen 40 Stunden saugt die Pflanze die kleinen Moleküle an und größere Moleküle gelangen tief in den Boden oder verdampfen. Nach der Vergrößerung des Moleküleffekts für Kraftstoff Nach der Magnetisierung des Kraftstoffs wurden die Bündel der Kohlenwasserstoffcluster aufgebrochen und die magnetisch geladene Schicht auf den Clustern bedeckt. Nach der Ladung vergrößerten sich die Cluster. Wenn jedes Cluster in die Brennkammer gelangt, sorgt das größere Molekül für eine größere Verbrennung und volle Leistung. Die Ergebnisse können Sie sehen, Kraftstoff sparen und Schadstoffemissionen reduzieren. Nach der Vergrößerung des Moleküleffekts für Gas Nach der Magnetisierung des Gases brach der Magnetisierer die Bündel der Kohlenwasserstoffcluster auf und bedeckte die magnetisch geladene Schicht auf den Clustern. Nach der Ladung vergrößerten sich die Bündel der Kohlenwasserstoffcluster auf und bedeckte die magnetisch geladene Schicht auf den Clustern.